Hallo und willkommen zum nächsten Mal von Let's Play Fits Bits Infinity Wolf Skyblock Expert Noir und heute mit mir immer noch alleine. Wir haben letztes Mal ja hier fast alles fertig gemacht für das kommende Ritual. Wir wollen da jetzt logischerweise auch noch den letzten Rest für fertig machen und danach geht es dann hoffentlich, na wie war das? So, so, genau. Ja, danach können wir dann hoffentlich auch das Ritual starten, welches wir noch brauchen und ich habe letztes Mal ja noch die Draconic Horse gestartet, aber naja, wenn man hier guckt, hier ist das Mana leer und dann hat sich hier hinten einmal die Anlage aufgehängt, weil, ja gut, jetzt ist hier nämlich Blut drin, hier ist was anderes drin und es ist nervig. Also, das muss ich nochmal gucken, dass ich das wieder fixe. Ich habe das Rezept jetzt abgebrochen, das will ich jetzt fixen und dann werde ich das Offscreen einfach nochmal durchlaufen lassen, dass wir die Draconic Horse nächstes Mal haben, damit wir dann auch den, ähm, Ding haben. Hier, wie heißt's? Den, äh, den Tank. So, jetzt, den Kreativtank, genau. Das war das Foto, was ich gesucht habe. Dann war hier einmal zwischendurch die, ähm, das System wieder voll. Dementsprechend haben wir jetzt 4.500 Ignis mal 8 halt. Ähm, das war hier zwischendurch wieder voll. Dadurch ist jetzt hier quasi das restliche Thaumium nicht durchgelaufen. Da hat sich's auch aufgehängt und, ja, sehr viel Mist. Aber, wir haben auf jeden Fall jede Menge Mana. Äh, Mana-Steel. So, eins, zwei, drei. Dann können wir immerhin, zack, noch eine weitere Rune machen. So, und, so. Dann haben wir mal schon mal die ersten 4 Rune. Und ich vermute jetzt nämlich, ähm, ja, die Dinger packe ich hier mal mit rein. Theoretisch gehören die ja mal mit rein. Ähm, denn ich vermute nämlich, das Ding hier ist voll. Ne, noch nicht ganz. Ähm, ja, 12.000. Okay, das heißt, eine Rune könnten wir noch vorbereiten. Die nächste wäre jetzt die Rune of Spring. Dafür brauchen wir einiges an Suppling. Ich weiß aber nicht, ob wir die alle haben. Ich glaub, die drei waren das, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, die drei dann. Weed und eine Imbued Slate. Ähm, ich glaub, wir brauchen noch öfter Slates. Eins, zwei, drei, vier. Äh, da brauchen wir Demonic Slates. Dann würde ich einfach mal sagen, ich mach 10 Stück von denen. Und ich mach 10 Demonic Slates. Ja, sollte soweit gehen. Dann ist hier scheinbar mein Orb voll. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch in der Aufnahme gezeigt habe, oder ob ich das danach gemacht habe, dass ich den reingelegt habe. Auf jeden Fall, wenn man jetzt hier guckt, wir haben nicht genug Blut. Dein Ernst? Kriegen wir jetzt hier noch was rein, oder? Ähm, ach, wir haben exakt 15 Millionen Blut. Ah, das heißt, wir müssen das Ritual denn gleich beenden. Oh, das ist auch mies. Also, wir müssen halt, ähm, genau 15 Millionen Blut haben. Für das Ganze. Dementsprechend nehme ich jetzt erstmal die Teile hier. Dann die beiden. Die kann ich eigentlich auch gleich schon mal mitnehmen. Und dann werden wir uns einmal zum Ritual begeben. Und einmal alle hier aufstellen. Also, ich selber habe das Ritual noch nie gemacht vorher. Das heißt, es wird jetzt für mich eine Live-Premiere. Ich habe, ehrlich gesagt, auch noch nie überhaupt irgendwie einen Let's Player oder irgendwas gesehen, der das gemacht hat. Von daher wird das wahrscheinlich sehr spannend. Jetzt muss ich einmal ganz kurz nachgucken, wie man das nochmal richtig verlinkt. Weil ich weiß, dass wir auf den Runen hier die Dinger raufpacken müssen. Und die wurden empfohlen, zu deaktivieren. Weil diese Router, die saugen jetzt nämlich gleich aus unseren Balljars, wenn das Video jetzt nicht abstürzen würde, was ich gucke, aus unseren Balljars saugen die jetzt nämlich die Energie sozusagen raus. So, das heißt, okay, ich muss das mit ihm hier machen. Ich muss Shift-Rechts-Klick. So, Clearing. Das heißt, von hier hier hin. Genau. Denn ist ne... Äh, Mist. Ich muss das echt... Ich muss das aber verdammt schnell machen. Hm. Okay, gut. Prinzipiell soll es angeblich nicht schaden. Das heißt... Wenn ich jetzt... So mache... Und so... Okay, war wieder nicht schnell genug. Boah, wie mies ist das denn? Okay, ich versuche es einfach mal so. Ha, jetzt hat es geklappt. Okay, man muss wirklich einfach nur sehr schnell sein. Ähm... Oh, cool. Ich kann auch drauf stehen einfach. Okay. So, gut. Das heißt, wir haben jetzt zumindest... Ja, zweimal das richtig gemacht. Dann brauchen wir noch ein Blutaltar, war das, glaube ich. Also, wie gesagt, ich muss halt die ganze Zeit immer nebenbei gucken, weil ich kenne das Ritual auch nicht auswendig und das ist sehr aufwendig, wie man sieht. Genau, da muss jetzt nämlich noch ein... Blutaltar rauf. Und dann haben wir eigentlich auch schon alles, was wir für das Ritual theoretisch starten können. Praktisch brauchen wir leider noch, äh, das Blut. Das heißt, wir müssen warten, bis die Slates fertig sind oder wir lassen die Slates jetzt erstmal sein. Und ich glaube, der Einfachheit halber lassen wir die Slates jetzt einfach mal sein. Das heißt, als nächstes soll der Stein rein, weil wir brauchen nämlich 15 Millionen, um das zu aktivieren. Das könnte vielleicht ein bisschen problematisch werden. Ähm, wenn das jetzt noch durchläuft, mache ich nochmal die restlichen Sachen hier fertig. Ach ja, und eine Sache, die sie auch noch aufgehängt hat, das Chargen hier. Also, es dauert echt Ewigkeiten. Problem ist, ich habe eigentlich auch nirgends einen Energiespeicher, der groß genug ist, damit ich hier vernünftig was zwischenspeichern kann. Also, rüberkopieren kann, sozusagen. Also, ich kann zwar den nehmen, aber der kopiert halt nur 100.000 rüber pro Tick. Und das ist nicht unbedingt viel. Dementsprechend müssen wir da vielleicht nochmal ein bisschen aushelfen. Äh, nee, noch ein weiter. Wir brauchen jetzt noch ein paar Runen wieder. Es ist gut, dass man hier mehrere von gleich kriegt. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Runen of Water, Runen of Fire und wir brauchen die Slate. Gut, vielleicht hätte ich da dran denken sollen. Wie viel Blut haben wir denn? Wir haben jetzt exakt 15 Millionen. Das heißt, wenn ich den jetzt hier ausmache, sollte er, wenn da oben keine Monster mehr sind, eigentlich kein Blut mehr verbrauchen. Sonst habe ich ein Problem. Na? Ich würde am liebsten hier gerne einmal draufhauen, damit das schneller geht. Haben wir denn vielleicht... Ja, ich mache die Runen, glaube ich, doch der Reihenfolge nach. Ist einfacher. Das heißt, wir müssen jetzt nur mal eben drauf warten. Dass ihr hier alle sterbt. Danke. Und jetzt dürften wir eigentlich kein Blut verlieren. Nein. Gut. Äh, Blutleute habe ich vergessen. Aber eigentlich dürfte der nicht so schwer sein für uns. Blatt. Ähm. Am besten richtig schreiben. Wir haben ja echt gar nichts dafür da. Ähm. Gut. Einen Mana Diamond kriege ich noch hin. Ähm. Einen Bucket of Lava kriege ich auch noch hin. Das sollte jetzt auch nicht so schwer sein. Ach, haben wir hier sogar noch. Gut. Und ja, ich habe den einmal jetzt weggeschmissen. Keine Lust, so viel mit rumzuschleppen. Ach, toll. Dann mache ich es einmal so. Und klaue mir hier Mana von euch. Auch wenn das vielleicht doof war, weil ich die Mana noch brauche. Aber mir jetzt egal. So, das heißt, wir haben jetzt den Tune Stone. Dann brauchen wir einmal da noch irgendwas. Ein Fernsees. Okay. Dann haben wir das Ding Jetzt fehlen uns nur noch die Teile hier außen Das sind Bitch-Supplinge In den Ofen hier drüben Wo hoffentlich noch Äh, so Ist nicht Breath of a Goddess sogar? Ach, ist es sogar Cool Da können wir uns sogar die Arbeit da sparen Oder die Wartezeit Ich brauche Eine Glasbottle Und muss wieder mit Wasser voll machen Yay So Ich habe keine Lust, jetzt so viel mal mit rumzuschleppen So, dann Blutalter Danke Dann brauchen wir unser Dagger of Sacrifice Und dann war es das eigentlich Der muss jetzt hier oben rauf Äh, your pull but weak to push any further Das heißt Äh, ich habe irgendwo jetzt gerade Blut verbraucht Hä Hä Wieso Wieso kriege ich jetzt nicht mehr Blut Ach, nö Das heißt, ich brauche noch eine Rune oder was Das heißt, wir brauchen jetzt hier noch eine 26ste Rune of the Orb Ergo müssen wir hier doch nochmal ein paar Slates machen Toll Ich dachte, ich wäre damit durch Gut Dann gibt es das Ritual doch noch nicht heute Ist zwar jetzt ein bisschen doof gelaufen, aber Äh, ja Kann ich jetzt auch nichts für Ähm, was brauchten wir dafür nochmal Inbute Slates Davon will ich doch gerade ein paar machen Ja, 10 Stück Und Blank Slates einfach nur Oder Ja, machen wir davon 20 Dann können wir Wir haben keine Arcane Stone mehr Ähm, dafür müssen wir definitiv noch ein bisschen was machen Ähm, Rune 20 Stück Dann können wir nämlich bis zu 10 Rune of the Orb noch mit dazu packen Und dann haben wir hoffentlich auch nächstes Mal Alles zusammen Das Blöde ist jetzt halt nur Dass ich keine Slate habe für die Rune Damit ich jetzt hier noch ein bisschen weiter machen kann Ähm Ja, gut, dann suche ich zumindest nochmal ein bisschen den Ankram zusammen, den ich dafür noch brauche Also, euch brauche ich noch nicht Dich brauche ich nicht mehr Dich brauche ich gleich wieder Dich brauche ich auch gerade nicht mehr So, dann kann ich zumindest das Zeug für drei Rune schon mal zusammensuchen Da brauche ich noch Feuer und Wasser Und eine von den Slates Beziehungsweise ich glaube auch noch Weed, oder? Genau, Weed brauche ich auch noch eins So, dann für Rune of Summer Brauche ich zwei Sand, Slime Ball und eine Melon Haben wir überhaupt Melon? Ja, Glück gehabt Dann Zwei Sand Ein Slime Ball, wovon wir ein paar haben Und Eine Earth on Air Rune Air on Earth Und Rune of Autumn hat Feuer und Luft Ich hoffe, ich habe genug von den Runen Ähm Blätter und ein Spider-Eye Spider-Eye habe ich definitiv Drei Leaves Na, haben wir sogar welche Äh, nehme ich normale Oakleaves Werden wohl auch gehen Und Dann war es das eigentlich Ja, dann fehlen mir jetzt nur noch die Runen Oder die Slates halt Gut Aber ich würde sagen, das gucken wir uns nächstes Mal an Leider hat es mit dem Ritual nicht mehr geklappt Aber dafür nächstes Mal dann, hoffentlich Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit Lasst eine Kommentarbewertung da Etc, Etc Bis zur nächsten Folge Ciao, ciao